Wie heißt du? Heisenberg. Warum machst du nicht's Maul auf und sagst mir, was du willst? 50.000 Dollar. 50 Mille? Wie kommst du denn darauf? 35 für das Pfund Meth, was du gestohlen hast. Und weitere 15 Schmerzensgeld für meinen Partner. Ich stehle dein Dope. Ich schlag die Scheiße aus deinem Kuhli. Und du kommst angetrabt und bringst mir noch mehr Meth. Du hast bloß eins missverstanden. Das ist kein Meth.